Jetzt sind natürlich beide gleich schnell, weil die zusammenliegen sind. Aber jetzt könnt ihr schon mal sehen, dass die rote Nacht ein Stück schneller ist. Und wenn man jetzt überlegt, dass man von dieser Anzündgelitsche Abzeige machen würde und an alle 10 cm so ein Kracher oder so was dran hängt, dann kann man natürlich die Zeit bestimmen, in was für Abständen der einzelne Kracher knallt. Wenn ich vor die Stottin jetzt gleich schieße. Zack. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR